Ich will in die Autix rein! Hallo, ich bin... Das war ein Scherz. Das geht ja drauf, weil das kommt alles in die Autix. Ah, super. Ich liebe Autix. Gemeinsam mit Barnes & Heathcliff hast du 2009 Navida Records gegründet. Was sind da die... Blödsinn. Wir sind da. Geht? Öfft, 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 öfft. So, also wie genau bist du jetzt zur E4TV gekommen? Die haben mich aufgehebt. Das ist groß, dass sie auch geht. Geht? Wie steht der... Wie steht... Ja. Jetzt haben wir es für die Autix. Ähm, okay. Kameramann? Ich wollte eh schon. Okay. Jetzt geht's von Anfang an. Wie willst du ja? Ah, geht schon? Ja, ist gut. 1, 2, 3, 5. Hallo, liebe ÖffiTV-Zuseherinnen und Zuseher. Wir sind... Seaside! Ach so, du blöd. Ich hab's gebeten, ich bin... Du... Ich hab's gebeten, ich hab's gebeten. Du... Ich glaub, du sagst wieder als Erste, die du hast weg, auf Frank, auf Frank, auf. Okay. Ich muss das sagen, ja. 0,41. Das ist sicher, dass ich am ersten Seite mache. Weil ich lache immer alle 10 Sekunden. Der könnte schon Macker in der 10 Sekunden. Und in dem Lied geht's eigentlich um... Korrupte Politiker und... Ähm... Warte, Cut. Das Geilste ist, Korrupte Politiker schaust im Macker zu. Was? Das letzte Lied, was mir vorstellt, heißt... Das ist unser Album Science. Gibt's zum Downloaden auf iTunes, Amazon... ... und dann... Am... ... und so... Hau, ich bitte. Amazon.... ... Music Load... ... zum Anload bei Spotify... Amazon! 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 Zum Downloaden auf iTunes, Amazon Music Load... Kann man... Kann man den ganzen Verkehr anziehen? Es ist eis egal! Das war's.